UNTERTITELUNG Wie plant war das als friedliche Expedition? Was ist passiert? Man nennt sie die wilde Bande. Ein Mann hat sie alle zusammengebracht. Werden Sie meinen Onkel töten? Weißt du, wo er ist? Sag mir, was du weißt, verdammt! Wie kommen Sie bloß auf die Idee? Nimm den Sattel runter. Sind nur wir beide. Sie könnten ändern, was Sie sind. Man kann sich ein Land nicht teilen, Claire. Mein Gesetz ist perfekt. Es kommt vom Boden. Von Mutter Erde. Wissen Sie, wie eine Zivilisation errichtet wird? Mit schlechten Männern, die schlechte Dinge tun. Nein! Mit schlechten Männern wie Sie und ich. Sie stehen für Gerechtigkeit? Absolut, ja. Dann geben Sie uns Gerechtigkeit. Bestrafen Sie die Männer, die meine Familie umgebracht haben. Was machst du denn da? Jetzt zieh langsam den Abzug.